So, guten Abend meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy Type Zero. Heute gehts ab in die Konzertation für einen Ablegungsanleber. Schauen wir mal. Nein. So, das Mädchen war schon immer gut. Das hier. Und... Einen für den Fernkampf. Nehmen wir einen Trey. Ja. Unterstützung... Ach du Scheiße. Das ist ja echt gar nichts. Na na. Ach du Scheiße. Die Locationen sind auf deiner Ebene. Put die Magdeide in Position. Als eine. Ach du Scheiße. Wir nehmen die Aufmerksamkeit. Klasse Zero, folgen den Plan. Das ist es. Das ist es. Und Schuss. Und Schuss. Und Schuss. Und Schuss. da 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 ... Das war nicht geplant. Das ist echt ärgerlich mit diesen Puddings immer Ich hasse es dass die bloß auf Magie reagieren Das ist der Kontroller Das ist der Magie Vergiftet Schau mal wenn dieser blöde Gifdefekt aufhört Ok irgendwie gar nicht Wo haben wir denn meine Himmel Du willst mir sagen dass diese totalen Hammertypen einfach nicht schwimmen können Ja Wie üblich Das ist der 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 Beeindruckend Die Schade Keine Dann Die 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 Schreie, du bist in der Magik-Bite. Strike. Oh, 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 oh. Ach, das war gar nicht geplant. So, jetzt. Komm, hast du endlich geschaut. Ach, das ist gar kein Problem. Magie vermeiden. Wenn man es kann, ist das gar kein Problem. Tray ist schon wieder vergiftet. Der Typ nervt. Ich habe es doch gleich geschafft. Jetzt checkt man eure Basis. Ach, das verschwindet? Okay. Try it, gang. Generator. Okay, und jetzt? Nur da raus. Irgendwie fehlt mir hier gerade so ein bisschen die musikalische Untermahnung. Die war nämlich bisher immer ziemlich geil. Ja, ja. ASAP. Naja, ich bin auch so ASAP. Ui. Na, endlich. Menschen. Sie haben keine Kraft. Sie müssen mit dem Magisite aktivieren. Der Kontroller hat explodiert. Der Person der Power ist aus. Es gibt jetzt nur ein paar Şähler für die Central Nachfrage. Hör, auch über die Central Nachfrage, bevor die Power zurückgeht. Super! Zeitlimit! Diese Stürmer sind sehr nervtötende Pfecher! Oh, komm! Ihr seid wirklich nachdrehend! Gift-Biester! Und ja, ich bin zu voll, Vita zu benutzen! Gebe ich offen zu! Ja, ich bin zu voll, Vita zu benutzen! Anima Was zum Anker habe ich gerade gemacht? Das Mädchen steckt voll Überraschung an Queen ist cool Und die Sensenfrau ist einfach nur awesome Wir haben genügend Zeit Oh Und die Sensenfrau kommt Und die Sensenfrau kommt Ach du Scheiße Schön stehen Und die Sensenfrau Und die Sensenfrau kommt Und die Sensenfrau ist einfach nur Und die Sensenfrau ist einfach nur Und die Sensenfrau kommt Und die Sensenfrau kommt Und die Sensenfrau kommt Und die Sensenfrauが Und die Sensenfrau Und die Sensenfrau Und die Sensenfrau batten con Ich habe die Maske aus! Es ist vorbei! Ok, der Kugelhag ist ein relativ cooler Skill. Das muss ich wirklich mal gestehen. Geh ihn mit, was du hast! Geh ihn mir an! Es brotten durch? Das ist es! Geh ihn! Geh ihn! Geh ihn! Geh ihn! Ha! Na, das lohnt sich. Hoffe ich. Ein Traumakit. Hier schwimmen sogar Leichen rum. Also das ist... Ich finde dieses neue Gesicht von Final Fantasy... Steht im Spiel. ... 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 Na ja, nichtsdestotrotz bedanke ich mich für's Zuschauen. Bis zur nächsten Runde.